Ja ja mit dem ja ja botan ist dabei aber er kann nicht reden weil ich bin zwar unter ich war ein bisschen unterbelichtet er konnte mich gar nicht so gut sehen weil der monitor links auswacht deswegen ich glaube ich ein bisschen besser ich hatte mich ein bisschen angst ich konnte eigentlich problem muss gerade durch obwohl ich darauf geachtet habe wo ich langlaufe ich kriege immer nur gerade feuerschützenhilfe ich hab da selber tue ich nix hier was soll das latent syndrom was auch immer irgendwie habe ich das gefühl ich muss wieder umsatteln auf was alles zehn leute oder wir verlieren gerade so ziemlich alles danke wer immer das war zack weg ist er der neigt man oder nicke man keine ahnung wie er heißt interessant was denn durch die wand jetzt erzähl was er lebt noch nicht mehr da wird noch einer vorsicht schon wieder arm am dingen sind die wollen uns sicher da kommt man davon links heute von außen der beckmann und ich habe pommes hd da ist aber noch einer raus muss aufpassen ist alle rausgelaufen indem du mal ein ich gucke ich gucke ob ich empfinde im gang zwei stück gang ja ich glaube die kommen jetzt nämlich raus hier ich kann von außen nicht zu machen aber das ist eine scheiße ich habe trotzdem noch zwei gekriegt echt ganze zwei ja bevor ich gestorben bin ich glaube mein laser point hat mich so ein bisschen verraten jetzt habe ich eine pk-visier freigeschaltet pka so rum hey was ist denn hier los geht das schon wieder los ja ja ich habe immer mit der granate drin so eine scheiße und da einen nonnexplose vorne hier ist eben wo c4 da da c4 alles klar zerstört aber wir müssen du denn links ach so ganz hinten durch im gang äh im gang kommt es dann heraus zwei drei vier fünf ich weiß gerade nicht wo du meinst aber ich schieße dich einfach mal auf alles was dich bewegt das ist eine gute da sind welche hinter hinter dem schutte da wo du gerade liegst müssen aufpassen da kommt da unten rum nein habe ich mein töter ist tot der botas krokan ok es gibt so die ich kann ich kann ich nicht durch die du hängst da so gerade im geländer drin ich konnte dich dadurch nicht retten scheiße hier nimmt euch brutter bruttel boah alter aber egal wir sind durch woher kommen sie ouch direkt mit dem headshot scheiße oh das ist ja jemand durch die klemmer geküllt ok c ganz viel c was denn jetzt c oder b wir werden auch angegriffen ist egal ok nehmen wir uns einfach beides ok c aus c richtung abteil ich glaube nicht aua 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 er ist tot dodge ditch burn ok dodge ditch burn ok der double ditcher burner burner double deep burn double deep burn hier benutzen wir kontrollieren jetzt bremsatz ziel echo woher sagen stirb ich lasse doch mal genau dann dahin wenn ich eine black granate reinschmeiße ne ähm nein ihr seid super aber rechts ist einer oder? alter geht da aus der tür raus verdammt nochmal echt ey weißt du unten unten? keine ahnung der ist tot boah ich hasse das wenn da zwei leute sind und die schüsse sich irgendwie so komisch auf die beiden leute sind und beide aufteilen und die beiden eben nur 50% jeder schaden kriegt haha ja das ist doch kacke da kannst du nichts für kaufen feindliche infanterie an der anderen seite an der anderen seite hoppasse ich geh einmal rum ich geh einmal rum ich schaffe es einer ist weg wo ist der andere tot ja hier nehmt sich Bruder Bruder ich hab auch noch also von daher ne ich meine mit Munition achso ja gut dann holst du die Bruder 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 und ich gib das Bier dazu alles klar genau also ich geh mit mir und schnell rüber und du und du piepst erstmal piep 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 irgendwie hab ich das Gefühl dass bei uns schon wieder mindestens zwei an uns vorbeigelaufen sind hm äh hier hat grad irgendjemand gepiept also mehr als üblich okay nö da hat nur grad jemand bei dem im Scanner gepiept und da war irgendwie war da keiner wap 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 w Er hat schon ein Schalosch, er hat schon ein Schalosch, wow. Ich will einfach auch mal irgendwas sagen. Da ist einer. Au. Killhilfe, ja super, ich kann mir voll viel verkaufen. Okay, das ist jetzt schon beinahe Bassrape. Pff, ich bin auch scheißegal. Ich werde auch oft genug hier bei Battlefield gerapet von einer Seite, Läger. Oder du hast super Bassenskirchen gesagt. Ja, deswegen habe ich es ja... Das war mal so ein Satz, was ich mal vorher überlegt habe. Ja, ist schon ein bisschen rapen, aber mein Gott. Muss auch mal sein. Was? Was? Oh Gott. Ja, doof ist, wenn ich das jetzt wahrscheinlich auch bei YouTube als Folgentitel nehme. Also direkt wieder wahrscheinlich irgendwie, ne, weißt du? Ein bisschen Rap muss auch mal sein. Oh je. Ein bisschen Rap muss sein, den neuen Schlagertitel. D.A.D.S. Der passten, alles klar. Den habe ich wohl eine verpasst, wa? Oh Gott. Fühlt nicht besser. Ja. Oh, Wotan ist ganz hier hin. Nnnnnn. Ich weiß ja warum. Ach komm schon, Etikettendrucker. Ja. So, komm mal wieder. hugging Meisteraktor. 수� royalty'. Oh. Falls ihr irgendwie fehlt, schlägt einfach mal Synchronisation. Ich drück auf Überspringen. Jetzt. Nur einfach mal für die Synchron profitieren, weil du H crasheswerke aber dran hängen ja 38 13 das ist doch nicht schlecht ja bekam ihm nicht so viel entgegen diesmal bei 13 5 war schluss katar kam keine mehr er hat die alle schon vorher geknallt ja ich hatte den glück dass ich bei irgendwie in c plötzlich so viele gesporen sind und dachte mir keine ahnung 10 leute oder was das hatte schon was 23 fähigkeit punkte kur das ist das habe ich schon hier war schon hunger nach der runde müssen wir auf jeden fall mal was essen gehen ja 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 oder okay ja holst mich ab könnte ich tun okay bereit ich bin mit hoff ich ja ich bin im ladebildschirm ja also es läuft nicht aus also hoffe ich nein aha ja dann ist das immer so ja es müssen noch zwei leute bei uns auch bereit klicken einer sogar ich bin jetzt gerade erst leider gekommen erschienen und ich bin als bei mir drin ich bin nur im geschütze ja und ich wäre es ohne ohne ich wäre sani das mg erstmal das mg ist ein bisschen sinnvoller ja gut ich sehe ich sehe da hinten paar rotoren weil es meinen piloten ein wenig gegeben aber nicht getötet alter auf ich kann ihn mal drehen oder was sie langsam nur hat mich raus geschossen dann komme ich mal mit stinger und du bist total toll ja ich habe ich glaube ich zu hoch geflogen da konnte ich nicht mehr so ordentlich drehen scheiße naja die sind bei eh gerade abgesprungen okay ich glaube da muss ich erstmal ordentlich gegenwirken oder auch nicht 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 das ist schon mal sehr böse für uns ausgabe so ein bisschen was kommt denn da ich krieg besucht bei der wundern auch hat irgendwie nicht tja da stand der mt ach ich liebe es zwei minen legen drauf schießen passt leider von einem noch mal schön nach kollege der german star ja auf jeden fall auf jeden fall typ du bist der german star ja bereits ein bisschen hart zurückgedrängt hat mich so ein bisschen auch guck mal wie viele von d a d s da in den klaren auf alle anderen seite sind nicht alles sind alle dann gleich hin oh gott kann aber das kann doch nichts werden das ist genauso wie es gegen sps zu spielen ich habe auch die mechanikerspezifizierung nicht drin scheiße kommen wir mal zur hilfe wo ist er denn wo ist er denn wo ist er denn das kann nicht werden Da ist ein zeitliches Fahrzeug. Westlich von dir. Wir haben eins das Ziel Delta neutralisiert. Weißt du, oder ist das so? Hm, wie sowas war. Wir haben die Kontrolle über einsatz Ziel Delta. Ähm. Schauen wir da. Könnte ich mal aufhören, den Echo einzunehmen. Scheiße. Wo sind diese Spaten, Alter? Wo sind die? Was, wer? Wo sind die ganzen Kack-Kinders hier bei E? Ähm, ähm, Richtung andere Seite. Also nicht zu unserem Spawn hin, Richtung die anderen Punkte. Huh, der ist geflogen. Cookie Funeral, alles klar. Schön, dass ich hier bei E der einzige bin, der versucht hier zurückzuholen, oder was? Nee, ich hab von oben drauf geschossen. Wir haben gerade die Kontrolle über einsatz Ziel Alpha übernommen. Alter, wo ist der denn? Wir haben gerade einsatz Ziel Charlie neutralisiert. Ach so. Westlich deiner Position scheint ein feindlicher Strafschütze zu sein. Wo dann vor uns? Hm? Ach so. Ich kann dieses Scheißdinge sich mal nicht verpissen. Jawoll. Ach, wer ist denn da? Oh, hallo Heli. Oh, okay. Haha. Was machen wir hier oben jetzt mit zwei BTS? Ich weiß nicht, da. Schon mal einer weg? Ich hör mal, ich hör mal kurz ein bisschen von der Fassade hier weg. Das darf mich so ein bisschen. Jawoll. Heli? Heli wo? Oh, ja, so hoch komme ich nicht. Zwei getroffen. Irgendwas hat mich erwischt. Irgendwas erwischt mich hier gerade. Ah, hier fliegt noch was rum. Ah, da hinten ist ein Panzerwagen. Ja, ich sehe ihn. Weg ist er. Ich würde jetzt fast sagen, wenn ich sie, wenn ich sie, wenn ich sie besser, müsste zwei gegen eins ein bisschen unfair, aber pfff. Da wird mir hier vielleicht drauf geschissen. Ja, wir parken hier auch scheiße. Ist ja auch, ist nochmal so. Ich steh nicht so draus, zwischen C und B so lang zu fahren, weißt du? Wo du von alten Ecken die IP gehst und wir auf dich ein dröschen. Ich steh nicht so drauf. Ich könnte dich ja reparieren, Eddie, aber... Da müsste ich hier aussteigen, ist ein bisschen uncool. Achtung, feindlicher Helikopter, westlich seiner Stellung. Ach, da oben sind die. Mist, ich komm nicht so hoch. Scheiße. Die sind da oben auf dem Dach, darauf sagt das doch. Ich hab Sichtkontakt von einem kaltlichen MG-Schützen. Ja, einen hab ich, zwei hab ich. Da kommt ein Boot. Drei hab ich. Das war's. Oh, Kollege, dachte ich, dass du immer Eisgack gewonnen hast, hättest man früher gefeuert. Idiot. Da ist ein Feindchen Helikopter. Wie süß. Wollte mich da einen Sniper abschießen im Tank. Jawoll. Hau bloß ab, Heli. Okay, der Heli ist wirklich abgehauen. Ist ausgeschicken, der Typ. Hau bloß abgehauen. Ha, hab ich das noch geholt. Wir haben gerade die Kontrolle verändert, das Ziel Echo verloren. Ja, wir müssen uns heute noch um Punkte kümmern, mir reicht's. Wotan, ich überlasse die denn, ich überlasse die denn, bitte er. Hoppala. Ähm. Memo mich selbst nie wieder durch Wasser rückwärts fahren und dann auch noch, ne. Ja. Scheiße. Hi. Was? Crazy geht halt eine Kerze anzünden. Aha. Hä? Ja, der ist ein blöder Wichser, ist das. Scheiße, Rassist. Ich geh den jetzt melden. Kann ich ihn irgendwie suchen? So, der ist weg. Behaltensregeln. Na komm, geh auf. Da hätte man bitte auch für mich die ganze Zeit anzuvisieren, Mensch. Nein. Wir haben Einsatzziel Bravo neutralisiert. Anscheinend ist festlich von dir ein feinlicher Schauschütze. Ich reparier das schon für dich. Was? Anal Sniffer. Alles klar. Manche Sachen muss ich nicht verstehen, ne. Da bin ich auch mittlerweile irgendwie zu alt für, ne. Ich befürchte, ja. Kontakt! Feindlicher Schauschütze, wässlich deiner Position! Oh, wir haben B und C, wie kommt das denn? Oh, die haben wir aber nicht mehr. Und mittlerweile ist das Wasser so hoch, da ist echt beschissen ist zu fahren mittlerweile. Boah. Da ist ein feindlicher Schauschütze, wässlich von dir! Verdammt. Oh, das ist ein feindlicher Schauschütze! T-T-T-T. T-T. T-T-T. T-T. T-T-T. T-T. 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 Da ist aber noch einer drin. Hier war da noch einer drin. Ich bin doch nicht blöd. Also, dieses Video musst du aber dann hochladen. Hä? Dieses Video musst du hochladen, damit wir beweisen können, dass der Typ tatsächlich an dem rumbeckern war. Ach, du hast den Chat darüber abgewendet, ne? Nee, bei dem Video kann ich das mal ändern. Das ist ja hier... Dann mach das mal unten rechts. Der Typ geht mir auf den Sack. Ich hasse Nazis noch mehr als alle anderen. Was soll denn jetzt schon wieder? Ja, Spareflo, der bei uns gerade im Squad war. Äh? Der war die ganze Zeit am Scheiß Türken und der ganze Scheiß. Das ist halt noch schlimmer als... Ach... Keine Ahnung. Gibt nichts Schlimmeres als Assisten. Assisten. Ja. Geh rum. Scheiß großer Abmende-Kreis. So. Boah, fahr ich halt hier rum? Ist mir jetzt auch egal. Aber ich will da... Ich will da auf die Brücke wieder drauf. Im Wasser fahren ist ja mega viel Asch. Für den Asch. Oh! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Zurück, 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 zurück. Genau. Jetzt hier hoch. Hier hoch. Hier. Los. Los. Zack, weg ist er. Jetzt scheiß ich mich aber an. Jo, alles klar. Scheiß dich an, Kollege. Fühl dich völlig frei, dich an zu scheißen. Denn wenn mir taugst du auch nicht wirklich. Schenkt dir keine Aufmerksamkeit, das ist mir. Lass es einfach. Soll ich einen vollidioten Mauste keine Aufmerksamkeit schenken. Ich hab Sicht der Fakt zu einem Feindlichen im Gegenschützen. Lass dich den Garten zu ihrem Beziehungsruf. Nein. 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 Da bleibt der unten, da bleibt der unten. Mal gucken, ob ich den unten krieg. Vor allen Dingen, weswegen will er dich denn bitte melden? Och, das ist ein Kind. Der glaubt, weil er mich melde, passiert irgendwas. Interessant. Ja, meine Zuschauer könnt ihr gerade auch sehen, wie ich sehr schön einfach mal so hier Wasser rumschwimmen und einfach nix tue, weil ich nix hier sehe. Es ist scheiße. Wir haben alle Punkte so ziemlich fast, also... Es ist sehr spannend heute. Ach, machen wir eigentlich gleich, wenn du bei mir bist. Warte mal, was hast du denn noch schön aus der Auswahl? Nicht wirklich viel... Alter! Destiny habe ich momentan nicht wirklich Lust drauf, weil Destiny wieder ein bisschen Fahrt momentan ist, finde ich. Gute, dass es mich nicht beholt hat. Ja, es ist momentan wieder richtig Fahrt, also... Es fällt wieder teilweise wirklich unter den typischen MMO-Klatsch wieder. Äh... Oh, was ist da? Was ist der Heli? Hier ist ein Boot. Ich bin echt drauf und dran, das Team zu... Jetzt beschmeißen sie uns schon mit Helis. Oh, passiert. Mein Heli! Nicht mein Heli! Doch, mein Heli! Oh Gott! Diese scheiß Helis! Äh... Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich bin echt geneigt, das Team zu wechseln. Und den einfach mal nur... zu penetrieren. So, hier. Fress den Heli! Wie komme ich eigentlich nochmal hier rein? Komme ich überhaupt noch rein mit dem Ding hier? Nee, ne? Ich glaube, ich komme hier gar nicht mehr rein, ne? Mit dem... Oder? Vielleicht doch. Warte. Warte. Einfach mal versuchen. Wie gesagt, ihr müsst gerade mal so ein bisschen damit leben. Was gerade ein bisschen langweilig ist. Aber ich versuche vielleicht... Ja. Komm schon. Fickeln. Dann halt nicht. Wir haben gerade die Kontrolle bei Einsatz für die Delta verloren. Da ist ein falsicher Helikopter! Östlich von dir! Ach ja. Das wäre Battlefield ohne seine Kiddies. Richtig. Besser. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b! Wir haben Einsatz für Eifer verloren! Westlich von dir ist ein feindlicher Helikopter! Boah! Jetzt hat es dir gegeben! mal mit der Gurke. Uh. Jetzt fühlen wir schon leicht. Ich fühle mich schon leicht. So. Ich kann eigentlich nichts zu tun haben, irgendwie. Äh. Ich hab Spaß mit Rassisten. Hey, ein Boot. Pfeffi. Da scheint ein feindlicher Panzerjäger zu sein. Lärmlich deiner Position. So nicht, mein Freund. Na toll. Warte, wo kann man denn hier mit jetzt noch hin mit dem Panzer? Ich komm nicht so weit runter, verdammt. Ah, sehr schön. Da, es stimmt noch was. Wo, da, es stimmt noch was. Da, guck mal da, es stimmt noch was. Links. Sehr schön. Ah, da. Oh, obendrauf war was. Oh, was, scheiße. Kann der Baum nicht mal hier weg Platz machen, so. Mann. Kann man den umfahren eigentlich? Ich glaub, die Baum hier weg machen. Mal da so, so. Naja. Hinter uns. Oh, hallo Heli. Ich bin ein Ass im Heli-Treffen heute. Es ist ja richtig geil. Hä? Okay. Der hat einen Abgang gemacht, der Heli. Kann ich die Mauer hier weg machen? Ah. Sehr schön. Der ist weg. Ich bin ein Ass im Heli-Treffen. Ja, gut. Ist eh gleich vorbei. Oh, hallo Heli. Kann ich ein Stückchen tiefer fliegen. Oh ja, super. Ich kann richtig viel sehen. Scheiße. Oh, da muss ich ein Jephensbaum weg. Ach ja. 12, 3. Na, geht ja noch. 12, 13. Ja, okay. 4 plus 2 EQ. Merkt euch da, Leute. Das ist 4 plus 3 EQ. Ist doch was. Ja, das ist... Ja, ich weiß schon, aber trotzdem. Interessant. Gut, Leute. Danke fürs Zuschauen. Es ist etwas längere Folge geworden. Aber naja. Ich liebe Nazis. Bis morgen. Tschüss